Hey Frank, wohin bist du so schnell unterwegs? Ah, verstehe. Carrie hat eine neue Sorte Kuchen gebacken. Dahin fahrt ihr also alle. Pass auf! Alles in Ordnung, Frank? Ich rufe besser Supertruck. Carl, da bist du. Frank ist mitten auf der Straße umgefallen. Du musst ihm wieder auf die Räder helfen. Harry hat heute eine neue Sorte Kuchen. Und jeder will sie probieren. Frank war auf dem Weg zu Carrie, als er umgefallen ist. Er braucht deine Hilfe. Du musst dich verwandeln. Ein Sprungtruck. Das ist so cool. Suchen wir Frank. Wow, das war fantastisch. Wow, du bist so ein Angeber. Aber vergiss nicht, du bist auf einer Mission. Supertruck ist da, Frank. Keine Sorge. Was schlägst du vor, Supertruck? Ah, du willst Frank mit deinen Super-Sprungfedern wieder auf die Räder helfen? Versuchen wir es. Hast du das gehört, Frank? Wir werden dich rotzuck wieder auf deinen Rädern haben. Keine Sorge, Frank. Uns fällt schon was ein. Oh, das ist dein Ich-habe-eine-Idee-Gesicht. Na klar. Der ST-3000. In was soll er sich verwandeln? Ein riesiger Magnet. Voll cool. Ah, er ist kalt, Frank. Bereit, Frank? Keine Sorge. Fertig, Supertruck? Drei, zwei, eins. Nein. Nochmal. Drei, zwei, eins. Es funktioniert. Oh, oh, oh. Puh, das war knapp. Ich hoffe, es ist noch ein bisschen Kuchen übrig. Schaut. Hey, Carrie. Hast du noch nie einen Sprung-Truck gesehen? Gibt es noch ein Stück Kuchen für unsere zwei Freunde? Wow, Carrie. Er sieht köstlich aus. Nun, er ist köstlich. Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen. Carrie? Was ist los? Wolters nicht zur Arbeit gekommen? Nein. Was war das? Oh, nein. Was für eine Sauerei. Ich glaube, du brauchst Hilfe. Hey, Carl. Carrie braucht deine Hilfe. Walter ist verschwunden. Und sie weiß nicht, wo er ist. Ich bin doch, Valina. Ich bin doch, Mann-Aim. Ah-ah. Supertruck. Oh Arme Carrie, sie braucht wirklich Hilfe Ich glaube, Supertruck hat eine Idee Ein Hubschrauber, so cool Macht es Spaß, ein Hubschrauber zu sein? Wow, das ist fantastisch! Jetzt müssen wir Walter finden Er scheint nicht im Reifelladen zu sein Wo könnte er sein? Walter ist auch nicht im Park Wo könnte er sein? Warte, was hast du gesehen? Oh, Walter! Es sieht aus, als steckst du in Schwierigkeiten, Walter Du warst unterwegs zu Carrie Steiner, als du aus Versehen von der Brücke gefahren bist? Oh nein! Du beeilst dich lieber, Supertruck Oder Walter fällt ins Wasser Das ist dein Nachdenkblick, Supertruck Na klar! Der ST3000 Es ist ein Greifarm, um Walter hochzuheben Schauen wir mal, ob es hilft, unseren Freund zu retten Keine Sorge, Walter Supertruck rette dich gleich Gleich geschafft! Keine Sorge, Walter Ja! Ja! Das war knapp! Gute Arbeit, Supertruck! Danke, Supertruck! Sagen wir Carrie, es geht dir gut, Walter Wir sehen dich da, Supertruck! Carrie freut sich, dass du in Sicherheit bist, Walter Walter hat eine Kleinigkeit für dich, Supertruck Wow, vorsichtig, Walter Das war knapp! Bis zum nächsten Mal, alle zusammen Danke nochmal, Carl Tschüss! Carrie, wo fährst du so schnell hin? Spät dran für eine Lieferung, was? Carrie, hast du das Horn gehört? Klingt, als wäre Bobby in Schwierigkeiten Was ist los, Bobby? Bobby, Haie sind dir vom Meer gefolgt Sei vorsichtig! Carrie, Bobby kann dich nicht hören Schau auf die Straße, du wirst gleich Carrie! Carl, Carrie und Bobby sind in Schwierigkeiten Carrie ist von der Brücke gefallen Auf einer Wasserhose gelandet Und jetzt werden sie von Haien bedroht Du musst sie retten, schnell! Supertruck! Karre, Versorgung über 68 Du musst deine Arme Spätere Olivia Brian, curry Du musst die Arme 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 Ich werde es einfach 들 Bringing Spätere Apft Schau, Carl, Carrie ist da drüben. Oh nein, die Haie werden jeden Moment durch die sich öffnende Brücke kommen. Schnell, Carl, weißt du, in welches Fahrzeug du dich verwandeln wirst, um sie zu retten? Hey, komm mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hey. Carrie, schau, wer da ist. Du hast die Haie vergessen, pass besser auf. Bobby, Super Truck braucht dich, um Carrie ans Ufer zu schleppen. Halt dich fest, Carrie. Du beeilst dich lieber, Bobby. Sie kommen. Du musst schnell handeln, Carl. Super Idee. Du könntest deinen großartigen ST3000 benutzen. Na klar. Beallt euch, Leute. Wow. Super Truck, es funktioniert. Es verjagt die Haie. Mach weiter. Ja. Fantastisch. Du hast die Haie davon gejagt, Super Truck. Gut gemacht. Danke für deine Hilfe, Super Truck. Du hast recht, Bobby. Wir sollten den Kanal sicherer machen. Klasse Idee, Super Truck. Lass uns ein Netz benutzen. Viel Spaß, Jungs. Hey, Jerry. Versuchst du, den Geschwindigkeitsrekord zu brechen? Hi, Edna. Sieht aus, als würdest du ganz schön tief graben. Ist das für einen besonderen Anlass? Ich verstehe. Dann mach mal lieber weiter. Oh, oh. Irgendetwas stimmt nicht. Ednas Graben bringt die Tunneldecke zum Einstürzen. Jerry, du solltest anhalten. Edna, hör auf zu graben. Der Tunnel stürzt ein und Jerry ist noch darin. Oh. 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 Oh, nein. Karl, Jerry steckt in Schwierigkeiten. Oh. Oh. Super Truck. Der Tunnel ist blockiert. In was wirst du dich verwandeln, um reinzukommen, Super Truck? Jerry, Super Truck ist hier, um zu helfen. Du hörst etwas? Die Steine haben beim Herunterfallen die Rohre zerstört. Super Truck, du musst dich beeilen. Schnell, Super Truck! Raus hier! Was ist los? Vorsicht! Oh nein, das Wasser kommt auf euch zu! Du musst dein Spezialwerkzeug benutzen, den ST3000. Ein Laser! Großartig! Gut gemacht, Super Truck, du hast das Wasser eingefroren! Na dann, gehst du eure Rutschpartie! Bis später! Bis später! Oh yeah! Bye! Hey Kids! Thanks for watching! If you like Super Truck, click here to subscribe! For more adventures, click here! See you on the road! Oder?